ich höre dich nicht! Jetzt! 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 Geil! Otto ist da! Ich grüße Sie! Hey! Ich habe gerade gesehen wie er ans Spiel gekommen ist. Da war die Freude groß. Ja, ganz meinerseits. Bin ich immer noch überladen? Keine Ahnung. Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, weil ich alles noch drin habe. Ich habe vorhin am Surfer mal was eingestellt. Und es ist jetzt so, dieser Säuberungsbalken ist weg. Es gibt scheinbar keine Säuberungen mehr. Wahrscheinlich hat das was mit PVP zu tun. Keine Ahnung. Und er hat jetzt wahrscheinlich erstmal nach dem Neustart kapiert, dass es ein PvE-Surfer ist und kein PvP-Surfer. Tja, jedenfalls ist das Ding weg. Und wenn du stirbst, hast du deinen Loot gleich wieder bei dir. Oh, ist gut. Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen war es immer recht spannend nochmal hinzurennen und seinen Loot zu holen. Aber müssen wir sehen. Vielleicht können wir das ja rausnehmen. Aber das müssen wir sehen. Ja. Hätte uns letztens reichlich Tränen gespart. Ja, ein bisschen. Zeit zumindest. Ja. Und? Na ja. Was war los? Alles scheiße, alles Mist. Wieso? Von den Bienen. Aber ich habe unterwegs auch Bienenköniginnen gesammelt. Leckt mich doch, Alter. Alles. Da kommen schon noch drei. Das kann doch nicht sein. Dieses rotzblöde Viehzeug. Ohne Sinn, echt. Ohne Sinn. Es muss doch mal hier frei sein. Du schlägst alle tot und fünf Sekunden später stehen sie alle wieder spalieren. Ich glaube, ich muss mal Licht machen. Es ist ein bisschen dunkel. Ja. So, ich höre einen Krönen, Günther. Ja. Ach, da hinten tobt er. Aber jetzt macht er die Krokos mit drei Schlägen dicht. Ja. Aha. Cool. Ja. 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 Ich auch haben wollen. Ich habe ja, glaube ich, eins. Ach, das geht kaputt dann auch hin. Du kannst halt auch mehrere Gegner mit Ema, ja. Das ist halt cool. Und da zwei ankommen, kriegen halt zwei Schaden. Das stimmt. Ne, ich baue mir jetzt Games. Also ich ähm. Ja, ne, lass uns erstmal, lass uns erstmal vielleicht losziehen oder nicht. Ja, sonst sitzen wir immer früh noch hier und bauen Schwerter und Schilder. Ja. Ach, Mensch. Ich gucke gerade, ich dachte, jetzt langsam müsste es doch da sein, das Auge. Wo wollen wir hin? Bitter in Norden? Oder mehr mal so in... Lass das mal Richtung Westen gucken, vielleicht. Da ist doch nichts. Ja, das grüne Das, 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 das hellgrüne, das Burkise, was da oben ist. Wurde ich gucken, nee. Wurde ich gucken, nee. Wurde ich gucken, nee. Da müssen wir aber über den Kamm. Ach nee, hier geht ein Weg lang. Ich würde vielleicht nach Osten mal gucken, weiter auf die Insel. Ja, Osten bin ich doch, bin ich doch, bin ich doch. Ja, Richtung, also rechts auf der Karte. Ja. Wo ist er hin? Gerade, rausgetappt. Ach so. Ach so. Hm, hinter der Base. So, ich komme zu dir. Ich sehe dich. Junge, guck dir das Schwert an. Zeig mal. Ich habe, ich habe besonders kleinen Bimmel. Das will ich hin. Ja, cool, cool. Brauche ich große Schwerter, Junge. Ich hatte heute schon mal geguckt nach einer Mod. Ja, gibt es viele. Also was es so alles gibt. Ja, auf dem Surfer waren auch einige, aber da standen immer drunter, eventuell veraltet oder so. Ja, ja. Hm. Da lasse ich erstmal lieber die Finger. Und dann habe ich bei, bei Dings nochmal geguckt. Bei Steam. Ja, aber ich konnte mich da noch nicht entscheiden. Und... Na ja. Ja, abwarten. Da kommt er ja noch. Bringen um. Ach so, da war er. Jetzt hat er dich. Im Blick. Ah, spektakulär. Cool. Cool, cool, cool das Ding. Geile Sache, Otto. Das geht. Ich sehe, Aloha. Ich habe jetzt schon ein Verwut so ein kleines Korrektier umgebracht. Weil hier... Weil das Viehzeug überall... Ja, das ist echt. Die übertreiben es echt in diesen Scheiß Korrektieren? Du bringst eins um und drei kommen irgendwo gleich wieder. Ja, ja. 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 Da vorne sind sie doch schon. Drei. Ich sag's dir doch. Bring eins um, dann hast du drei gleich hier in der Nähe. Ohne Sinn, Alter. Ohne Sinn. Aber wie gesagt, sehr gut für das... Für das... Die musst du abziehen. Ja, ja, ja. Und dann kriegst du dieses... Ja, dieses Reptilienhaut und aus der kannst du dann Tierhäuter... Ja, weißt du, das war nicht. Warte mal, das war nein. Jetzt, Ansturm. Warte. Ich sehe nichts. Ich muss ran. Ich bin ja ran ans Geschehen. Ja. Die Leute wollen sehen. Noch eine Combo, Junge. Pass auf. Okay, der erste ist weg. Da sind sie. Krass. Ey, das Schwert ist geil. Ja. Ohne Scheiß. Das hat was. Das ist nicht schlecht. Ich hab das schon mit dem Steinschwert mal probiert. Mhm. Oh, alle drei mit einmal weg. Alle drei mit einmal erntet. Mhm. Lecker. Das ist ja... Keine Lösung, Alter. Nee, ist es auch nicht. Aber wenn du schlafen willst, dann... Echt? Das hilft ja. Ist ja bei mir, ja. Mhm. Mann. Ist ja auch nicht. Jeden Tag so eine Extremsituation, ja. So. Achso, wo? Ach, ich hab mal weiter. Ja, wir gehen ja dahinter nach Osten. Ja. Noch mal nichts richtig? Nee, wir müssen jetzt hier. Dahinter. Oh, hier bin ich auch noch nicht lang gelogen. Was? Doch, hier waren wir schon. Nee, aber hier rechts rein, ja? Na, hier ist doch Erik Sütter. Achso, ist das hier? Mhm. Achja, aber doch. Ja, stimmt. Oh, hinter dir. Guck mal. Ach, lass den. Das ist ein verörter Geist. Eine arme Seele. Das wäre. Ja. Alter. Alter, wie nah sind denn die? Ich sehe sie nicht. Oh, die sind so ein Spucki. Ach da. Oh, er rotzt mich an. Ach, sie hat mich abgesehen scheinbar. Dann laufe ich mal im Zickzack, dem Spinner. Biete ich keine Trefferfläche. Ach, da eine schöne Aloe-Pflanze. Das ist so ein Rotzlappen. Oh, hat mich getroffen. Der Bastard. Aber die Spuckfinger ist noch relativ schwierig, also. Also da hab ich immer zu tun. Du kämpfst, ja? Aber die Spuckfinger ist noch überzeugt. Ja, du schaffst das Otto, das ist unser Motto. Wo ist er, wo bleibt er? Er kommt gleich. Haben sie ihn niedergeknüppelt mit Spucker? Oh, da ist er mit Krokodil getreten. Das ist tot, da ist noch so ein Rotzellappen, links auf der anderen Seite. Ja. Lass ein Eis, schmeißt er schon noch seine Spucke nach mir. Oh, aloha, weg war sie. Hä? Er hat immer zugegriffen, da ist er Mist weg. Was ist da los? Vorne hat es ewig gedauert, also nicht ewig, aber ich musste ein paar Griffe tun, bis das weg war. Da ist noch so ein Rotzer. Da ist noch so ein Rotzer. Oh, hier. Der Arme muss immer noch buckeln. an seiner Mühle. Oh, hier? Ja. Hä? Was? Ach, hat er hier noch einen Angestellter? Der Zache, er hat sich noch jemanden geholt, der hier knüppelt. Ey, da ist das Vieh. Komm raus hier. Schnell die Tür zu. Er hat sich auf einen Angestellter angeschafft. Aha, ich wollte gerade fragen, ob er noch spielt. Ja, er spielt ja auch selber. Na, er spielt schon noch, ja. Aber nicht so viel. Ah, hier. Das ist ja... Oh, hier, was sind das für 1000 Hände? Oder hast du die alle da hingesetzt? Das ist was? Die, die 1000 Hände da auf der Karte. Nee. Nee, das ist hier... Birke, Wache des Reisenden und Ankerpunkt. Das sind so... Schwarze Hand-Dings, das ist so eine große Base-Fontäne, ne? Da waren wir mal letztens drin. Ja, ja. Das zeig ich raus vor, ja. Da haben sie dich zerrissen. Ja. Da musstest du eine 1000 mal hinrennen. Aber, wo waren wir jetzt lang? Wir können... Noch davor bis zur Gabelung und dann geht's glaube ich auch runter, ja. Das ist... Das sieht gut aus. Wie lange hast du den gezockt schon? Oder wie... Wie lange hat er gezockt schon? Nicht lange. Ich hab, glaube ich, gerade angefangen. Ich hab gerade angefangen. Eine Viertelstunde oder so. Die mach ich nackig, ja? Ja. Ich nehm die alte. Hast du... Schaden aus? Naja, ganz aus jetzt nicht. Aber ich hab's auf 0,01. Ich hoffe, dass... Das bringt was. Ohne neue Hose hat's daher abgegeben. Oh. Eisenverstärkung. Oder Stahlverstärkung. Oh, das brauchen wir nicht, ja? Das ist eigentlich Käse. Was denn? Stahlverstärkung hat die. Der hier. Was ist das hier? Stiefel. Aufheben. Alles nehmen. Alles nehmen. Aufheben. Stiefel mit der schwarzen Hand. Mittelschwer. Ja, mitnehmen. Oder anziehen gleich. Ich glaube, die sind ja auch besser als die, die wir anhaben. Genau, selber. Ich schlachte den jetzt auch da drüben. Den Spinner. Katzenfell. Entschuldigung. Ja, ey, sorry. Verjessen, dass ich im Stream bin. Was Katzenfell? Katzenfell habe ich vergessen, dass ich im Stream bin. Warum? Einen leichten. Einen leichten Hubsauer. Achso, habe ich nicht mehr gekriegt. Einen voll. Einen entwichen. Was kriegst du, wenn du den abziehst hier? Keine Ahnung. Natürlich mal. Na, nichts, glaube ich. Den muss man abhacken. Kristalle kriegst du. Achso, Kristalle. Na ja, scheiß. Du kannst doch in die Höhle hier ändern. Ja, du kriegst du billiger. Und mehr. Oh, der hat sich eher noch versteckt. Rechts. Hat er es auf mich abgesehen? Ja. Weil du sein Bruderchen ermordet hast. Na gut, dann mach ich ihn kalt. Aber nicht wieder helfen. Ne. Nur wenn ich sage. Der hat mich angeschobt. Der Bastard, ich hatte ein Schild angehabt. Okay, willst du ihn abziehen? Äh, nö. Achso. Es lohnt sich nicht, der zu wechseln. Ich habe verschreckt eine Aloha-Flasche getrunken. So, wo sind wir auch da? Da gehen wir jetzt hier runter. Ich wollte eigentlich da hinten lang. Okay. Da, Hygiene rechts. Ja. Was ist das? Ein Dorf da hinten? Na ja, okay. Wir wollen ja erstmal woanders hingucken. Ja, die hat Hospitalismus. Guck mal. Kann sich nicht entscheiden. Oder ist es ein Tanz? Ich weiß es nicht. Ja, das kann auch sein. Oh, hier unten sind auch zwei. Pass auf, drei. Ja, die kommen. Oh, Alter. Ich war doch... Ich war doch geschmeidig. Wie eine Raubkatze. Da kriegt sie es. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Wie in einem Fell. In den Arsch gestochen, du Blöder. Cool. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Achso, ich auch vorhin. Stimmt. 25 jetzt. Was? Nicht mehr? Ach ne, du warst ja 24 vorhin. Stimmt. Ich bin ja in der Hyäne-Kilne. Ach, da bist du. Ey, man kann es nicht ordnen. Ne, die Kleine lass ich. Die ist niedlich. Ja. Ja, und die Hyänen hasse ich jetzt momentan noch nicht so wie die Krokodiler, die mir wirklich richtig auf den Sack gehen. Warte mal, du. Da, äh, hä? Was denn? Die rennt an mir vorbei. Hä? Mist? Weil die ihr Kleine am Leben gelassen hat. Ja, warte ich hier gleich zurück, schlaue ich es tot. So, jetzt gehe ich hin. Mach das viel kalt. Ach, der leckt mich. Ja, alles, komm weiter. Ja. Ja, hier. Da, hier. Die Inselgruppe. Regenwald. Römer schwimmen oder was? Mhm. Kann man ja eigentlich tauchen. Ja. Tatsache. Das geht. Ich glaube auch. Kannst du auch unteraussische Schätze finden wahrscheinlich. Ach stimmt, wir sind glaube ich schon mal am Anfang sind wir tauchen gewesen. Da kämpft irgendwas. Hä? Hä? Wieso habe ich so viel Leben verloren? War die Prühe Säure oder was in der ich gerade geschwommen bin? Nee. Hm. Hm. Warum ist es nicht? Wann wird es nie erfahren? Wollen wir hier hoch oder was? Da kämpft auf jeden Fall irgendwas. Da kloppt sich. Wo bist du? Da, ey. Ich, ich bin... gerade hier hochgelaufen. Warte, ich komme zurück. Ich kann es nicht ordnen, Alter. Ach, da unten bist du. Du hast gekämpft. Bist du unten? Nee. Achso, hier bist du. Hast du gekämpft? Nee, noch nicht. Da ist noch einer. Da kommt er. Ach, der Mörder. Achso. Ah, der will dich. Das ist ein Totenkopfkämpfer, Alter. Mach du ihn platt. Du bist stärker mit deinem Schlaf. Na warte, nee. Den kriege ich. Den kriege ich. Oh, keine Ausdauer. Der hat keine Ausdauer. Warte, warte. Nee, nicht, nicht, nicht. Oh, Mensch, Otto. Ja, Totenkopf, Alter. Der war aber recht einfach, oder? Ja. Der hat mal zugelangt ordentlich, aber jetzt nicht den Schaden gemacht. Nee. Wie man es erwartet hätte. Hier oben hat er was umgeschlagen. Was liegt denn da? Alter, was ist das? Eine Schildkröte, oder was? Egal davon. Ach, nee. Weißt du, was das war? Das war so ein Vieh. Kannst du dich an die ersten erinnern, wo wir angefangen haben? Ja, ja, ja. Die in der Oase da waren. Aber wir müssen uns, glaube ich, erstmal hier verharmen, bevor wir uns komplett aus dem Aura verlieren. Ja. Ach, warte mal. Kann das sein? Mhm. Nee, weißt du, der Trank, den ich letztens getrunken habe mit den Halluzinationen. Ja. Kann das sein, dass der mich resettet hat? Ach so. Weil nachdem ich den getrunken hatte, war ich überlastet mit Emma. Ach so, das kann sein. Stimmt, das hast du gesagt. Ja. Du bist überlastet. Und dann standst du ja draußen wie so ein nasser Sack. Ja. Genau. Das kann sein. Echt. Auch gut zu wissen. Da können wir den brauen und dann können wir unsere Dinger zurücksetzen. Wenn's denn so ist, ja. Ich denk schon, Alter. Das wird's wohl sein. Weil wenn du halt... Wahrscheinlich hast du da alles vergessen oder so, musst du es neu lernen. Ja, ja, ja. Das fetzt. Da hast du jetzt etwas Gutes entdeckt, meiner. Da bin ich stolz auf dich. Ja. Das ist eine schöne Sache. Was weiß ich. So, gehen wir erstmal... Ja, wo weiter. Ja, wo sind wir überhaupt? Schnetzel. Da auf dieser kleinen Insel. Okay, da müssen wir runter. Ich glaube, hier sind... Das bringt ja nichts mehr. Wir müssen rüber auf die andere. Da rüber, glaube ich. Links. Ja. Warte mal kurz zu der Wasser platzieren. Was das hier ist. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ganz super. Wow. Gold-Diamanten. Unglaubliche Schätze. So viel... Wie dein... Deine Hände ertragen können. Ja. Das ist ja nicht viel. Zurnöt muss ich... Ja. Geht ja auch, dass du... Nichts hast, nackt bist und trotzdem euch irgendwie... Was einstecken kannst. Ja. Ja. Mhm. Perverses Spiel, Alter. Ja. Was ist das da unten? Wollen wir mal tauchen? Vielleicht finden wir Schätze. Na was? Tschk. Hm. Ja, das ist so ne Färbelpflanze, glaube ich. Das Rosane hier. Mhm. Orangener Phygos. Aber hier ist was. Pflanzenfaser. Ja. Hm. Bist du noch im Wasser? Ja. Oder ich komme hoch. Aber ich muss rüber. Die Ausdauer geht weg. Hey, hey, hey. Ich muss jetzt den Telefon gucken. Vielleicht. Ich. Ähm. Ja. Was ist... Warum sie da überhaupt Ausdauer verbrauchen, wenn es... ... eh keine Auswirkungen hat. Ja, ja, ja. Komm schon. Mhm. So, warte mal kurz. Ich komme gleich. Mhm. Ich komme schnell. Telefon hat hier. Wiebt. Wiebt. Könnte wichtig sein. Okay. Sieht aus wie Treifer, hm? Ja. Da ist das Kumpel. Den klopp ich mal zusammen. Wie. Ausdauer. Okay. Was hat er schönes? Chitin. Ja. Chitin. Ich weiß zwar nicht, wofür man es braucht, aber es ist okay. Kann man haben. Du kannst, du kannst Bienenstock anlegen. Mit Chitin? Ach, ach Chitin? Ne, ich habe Bienen verstanden. Also, da ist noch ein Skorpion. Willst du noch machen? Ja, aber lass mich mal. Mhm. Goumer du. Stück. Ja, das ist echt geiles Schwert, Alter. Hm. Zack, zack, zack. Ja, meins macht ja bloß 16 Schaden, da kommt noch einer. Ja. Ey, der ist größer, Alter. Ey, das ist die Mama, die sauer auf dich. Das ist der Grund, aber kein Hindernis für mich. Du hast die Kinder totgemacht. Ja, ja. Die müssen, die müssen sterben. Du, als liebender Vater musst doch ihre Gefühle verstehen. Ja. Ach, hier. Sie sehen, wie sie zustechen wollen, da ins Leere. Alter. Die blöde Kuh. So. Warte. Ich ernte die. Mhm. Ich guck, was wir hier schnell in dieser Hütte, was hier gibt. Eiter habe ich gefunden. Ey, ich habe seltsam einen Hund, Alter. Ey. Da. Da ist noch einer. Ich nehme den rechts, du links. Ja. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und noch Skorpion. Alle sind hinter mir her. Eiter hat mich... Eiter, ich glaube, das ist das Ende tödlich für uns. Ja, ich merke es gerade. Lauf weg. Lauf zum Wasser zurück. Der macht... Bluten... Blutende Wunden machen. Sind wir hinter mir her? Ja, Tatsache. Das dumme Schwein. Oh nein. Ich will ins Wasser. Oh nein. Komm ins Wasser. Äh, zu spät. Mist, wir haben noch nicht mal ein Bett gebaut. Nee. Nein! Boah. Alter. Achso, ich habe ja jetzt gleich wieder hier. Ja, ja, das ist klar. Ich gekillt. Dich auch, ja? Mhm. Sandbestie. Na ja, dann müssen wir es ja jetzt. Dass die nichts drauf haben, diese Schweineviechter. Wir können uns gleich mal leer machen. Ja. Ich bin ja voll mit irgendwelchen Müll. Kopf. Das kann weg. Dieser Scheiß. Die Knochen können hier bleiben. Jetzt kann man den Scheißweg nochmal laufen. Ich baue mir gleich mal ein Bett. Falls es nochmal passiert. Das brauchen wir dafür. Fasern und, äh, was war's noch? Holz. Holz. Stecker, glaube ich. Und dieser... Mensch, sag's doch. Fasern. Ja, Fasern. Fasern, Zwirn und... Stock. Stocketöns. Knüppel. Ey, äh, da... Wäre ich mir gleich mal... ein saftiges Schwert bauen. Mal mit meins mit 16 Schaden. Ja, ne. Bringt's irgendwie nicht. Nicht mehr. Ich hab doch hier so ein schönes gelernt jetzt. Langschwert. Oh, geil. 5 Äste, 20 Born Metall. Das ist ja extrem preiswert. Echt günstiger. Hm. Guck. Hm. 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 Es ist geil. im aldi gibt es hier oreo imitat treiber darfst du raten wie es heißt so ähnlich ja ach nee stahl ist das alter stahl du scheiße ich habe stahlbarn ok einfach in den ofen packen und dann soll es funktionieren ja sieht so aus fünf eisenbarren brauchst du dafür und ein feuer wo ist mein stahlbarn habe ich sehe ich nicht ach da ist er stahlbarn ok so schwer ist es nicht aber wir brauchen schwefel ok dann haben wir jetzt erzielt schwefel herstellen schwefel ah das war schon dort die richtung wo wir schwefel holen konnten da hinten gibt es schwefel vorkommen ja schwefel 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 schwefel